Hallo, 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 liebe Freunde und willkommen zurück hier in der geheimen Forschungseinrichtung in Akte X. Okay, ich versuche jetzt hier mal weiter zu gehen und rechtzeitig zu ballern. Okay, Tür auf und Waffe raus, Waffe raus, Waffe raus, ballern! Wieso geht das nicht? Okay, dann mache ich gerade irgendwas falsch. Möchten Sie jetzt erneut versuchen? Ja, ja, das möchte ich. Okay, was gibt es hier Schönes? Oh, das Molder. Ich brauche zwei von diesen Schlüsseln, um in den Lagerraum und durch die Sicherheitstür zu kommen. Hören Sie, ich brauche Hilfe. Laufen Sie! Nicht gut. Okay, da lang nicht. Ah, Mist, 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 nicht umdrehen! Und ich bin wieder hin, also das Ganze nochmal. Und wo ist jetzt der Ton hin? Option, Spiel, Audio. Ich habe keinen Ton. Ich starte das Spiel nochmal neu. Moment, Leute. Okay, okay. Das scheint ein Bug zu sein. Wenn ich hier neu starte, ist immer der Ton weg. Helfen Sie mir, Scully. Ich brauche zwei von diesen Schlüsseln, um in den Lagerraum und durch die Sicherheitstür zu kommen. Hören Sie, ich brauche Hilfe. Laufen Sie! Ach nee, ich habe schon wieder. Ich muss mich also komplett umdrehen. Aber das heißt aber auch, dass ich... Okay. Nein, nicht erneut versuchen. Jetzt darüber. Da habe ich auch wieder Ton. Okay. Ja. Laufen Sie, Scully. Laufen Sie! 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 Okay, Scully nach. Ah, okay. An der Szene kann ich schießen. Okay. Zurück. Und der Ton ist wieder weg. Super. Okay. Und weiter. Ha, den habe ich. Hat der irgendwas bei sich? Okay, was ist da? Ein Waschsaal. Okay. Ich muss in den Sicherheitsraum. Wo war der nochmal? Oh, bin ich gerade nervös. Da rein? Ist die Tür offen? Okay, die Tür ist offen. Irgendwie so war das. Ich muss hier rein. Was ist hier? Oh, sie sind das. Ich weiß nicht, was mit Mulder los ist. Ich fürchte, er befindet sich in einer Art narkosomnambulistischem Zustand. Wenn wir ihn vielleicht gemeinsam in diese Isolationskammer locken, dann könnte ich herausfinden, was für ihn die richtige Behandlung ist. Okay. Und wie fangen wir das an? Zuerst müssen wir diesen zweiten Schlüssel finden, nachdem Mulder gesucht hat. Egal, was sich auch in diesem Raum befindet, es wird von einer gepanzerten Tür geschützt. Und ich glaube, dass diese Tür nur durch ein sogenanntes Zwei-Schlüssel-System zu öffnen ist, bei dem beide Schlüssel gleichzeitig umgedreht werden müssen, wie beim Abschuss einer Atomrakete. Leider ist dieser Schlüssel immer sehr gut bewacht. Wenn ich den Wachmann ablenke, können Sie vielleicht von hinten an ihn rankommen und ihn außer Gefecht setzen. Und dann benutzen wir den Schlüssel, um Mulder in diese Kammer zu schaffen. Aber zunächst mal müssen wir die Isolationskammer in Betrieb nehmen. Also die Tür zur Sicherheitszone hat sich hinter mir verschlossen. Daher müssen wir die erstmal wieder aufkriegen. Okay, was ist da? Mit Scully reden kann ich nicht. Hm. Toll. Hm. Ich speichere erstmal. Das ist gar nicht so dumm, die Idee. Hm. Ich denke mal, dass wir hier doch noch irgendwas mit dem Rechner machen müssen in dem... In diesem Abteil hier. Hm. Okay, hat das schon gereicht? Wo ist Scully hin? Das gefällt mir nicht. Wo ist die Schmee dahin? Hm. Wo ist die Schmee dahin? Wo ist die Schmee dahin? Oh, da sind extrem viele Leichen. Hm. Haben die was bei sich? Nee, was mit dem? Auch nicht der da. Der. Da gehe ich mal weiter. Habe ich mich gerade erschrocken vor Scully. Warum weisen wohl die Wachen die gleichen Verbrennungen auf wie die Mannschaft der Tarakan? Na ja, sie sind offenbar derselben Art von Strahlung ausgesetzt worden. Nur ich weiß wirklich nicht, woher diese Strahlung stammen könnte. Aha. Ich schätze, ich weiß es. Wie fies ist das denn? Hm. Okay, probieren wir es nochmal. Ich brauche jetzt gleich die Waffe. Mhm. Nee, da lang musste ich nicht. Ich musste... Ach Mann, wo war das denn eben? Ach, Kacke. Ach, ich werde langsam nervös. Hm. Okay, ich muss erstmal hier nochmal diesen Knopf betätigen. Der hat nicht gespeichert. Okay. Lebenserhaltungssysteme anmachen. Mein Puls, liebe Leute, mein Puls. Mein Puls ist gerade sehr pulsig. Dann hoffen wir mal, dass das funktioniert. Haben Sie sich entschieden, in welche Richtung Sie gehen möchten? Ich dachte, ich habe was... Ich dachte, ich habe was vergessen. Äh... Nach links? Aber was ist hier mit den Computern? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Halt! Sir, ich bin Agent Scully vom FBI. Kommen Sie bloß nicht näher. Ihre Einrichtung ist von Terroristen überfallen worden. Ich brauche Ihre Unterstützung. Ich darf meinen Posten nicht verlassen. Sir, ich bin FBI-Agentin. Wenn Sie meine Einrichtung verschwunden, dann schieße ich... Ich ersehne Sie um Ihre... Ich ersehne Sie um Ihre... Oh. 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 Fuck. Okay, ich schaue mich hier aber erstmal noch ein bisschen um. Ich würde erst gerne mal das am Computer machen mit Scully. Wo ich sie hier im Computerraum gesehen habe. Also erstmal hier... Die Lebenserhaltung wieder anmachen. Okay, dann war ich hier. Äh, ich speichere nochmal. Oh, ist das gerade hart. Okay, da ist der Wäschesaal. Was ist hier? Ich hatte die doch eben... ...gefunden. Okay, ich habe hier die Leichen untersucht. Die hatten aber alle nix. Dann will ich weiter. Ach da. Irgendein Zeichen von Mulder? Nein. Ich habe ihn nämlich auch nicht gesehen. Wovon hat er gesprochen? Warum sucht er nach einem Schlüssel? Und was für eine Art von Schlüssel? Er sagte irgendwas von einer Vorratskammer. Ich versuche jetzt herauszufinden, warum er sich so benimmt und wie ich ihn da wieder rausholen kann. Ich denke, er sucht nach etwas, das hier irgendwo gelagert wird. Ach, wirklich? Aha. Und was ist das Ihrer Meinung nach? Ein außerirdisches Raumschiff, das in den Pazifik abgestürzt war. Aha. Ich wusste, dass das irgendwann kommen würde. Hören Sie, Sie wissen nicht sehr viel über Agent Mulder, also lassen Sie mich Ihnen ein paar Dinge erklären. Also erschweckt manchmal zu sehr in... Peng. Erschweckt manchmal zu sehr in... Scully? Du hättest ruhig deinen Satz beenden können. Okay, dann eben nicht. Dann red halt nicht mit mir. Ich komme auch ganz gut allein zurecht. Oder so. Nochmal speichern. Mal wieder. Wo finde ich jetzt Scully? Aber wo war die denn schon wieder? Hm. Hier ist der Ton aus. Man verläuft sich in dem Spiel immer. Mein Puls. Was ist das hier? What the f... Okay, also da lang darf ich nicht. Dann ist Scully besessen. Hier. Das ist in Ordnung. Da ist Scully. Da muss ich hier rein und den... Das Ding da anmachen. Die Lebenserhaltung. Und dann... Muss ich wieder zurück zu ihr, glaube ich. Ist sie hier? Das nervt mich gerade so. Diese Steuerung. Irgendwo hat sich dann das... Die Sequenz gestartet. Von wegen... Ja, wir müssen jetzt Mulder reinlocken. Ist sie noch da hinten? Ne, da ist sie. Okay. Dann hoffen wir mal, dass das funktioniert. Haben Sie sich entschieden, in welche Richtung Sie gehen möchten? Ich speichere mal. Und dann gehe ich einfach mal nach rechts. Drehen Sie den Schlüssel um. Okay, links war also doch richtig. Okay, links war also doch richtig. Ich muss sagen, es tut mir leid. Das kommt von ganz oben. Ich kann nichts dagegen machen. Also links lang. Da sind die Computer. Halt! Sir, ich bin Agent Scully vom FBI. Kommen Sie bloß nicht näher. Ihre Einrichtung ist von Terroristen überfallen worden. Ich brauche Ihre Unterstützung. Ich darf meinen Posten nicht verlassen. Sir, ich bin FBI-Agentin. Wenn Sie bei drei nicht verschwunden sind, schieße ich. Eins, zwei, nein! Ich habe doch vorher geschossen. Ich habe vorher geschossen. Ihr habt es doch gesehen. Ich habe vorher geschossen. Und der Ton ist wieder weg. Oh Mann! Neustart. Okay. Dann lade ich nochmal. Verlassen! Sir, ich bin FBI-Agentin. Wenn Sie meine... Okay. Jetzt habe ich die Karte. Und da ist Molder. Und jetzt muss ich nach... Gerade... Ah, ne, nicht geradeaus. Ich muss nach... Oh, ist das gerade laut. Ich muss nach rechts. Verlassen! Sir, ich bin FBI-Agentin. Okay. Untersuchen. Okay. Nach da. Nach da. Nach da. Was war denn jetzt? Okay. Verlassen! Sir, ich bin FBI-Agentin. Okay. Befeichern. Untersuchen. Okay. Okay. Ich mache irgendwas falsch. Okay, ich probiere das noch mal in der nächsten Folge. Bis dann.